Weiter geht's bei City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und heute machen wir weiter bei Limit. Wir machen heute den Strand, beziehungsweise da weiter, wo wir letztes Mal nicht aufgehört haben, sondern an einer ganz anderen Ecke. Und deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Und ich sehe gerade, da fehlt es überall noch an Bäumen. Vielleicht muss ich das einfach mal zwischendurch machen. Hier sind überall noch Flächen, wo keine Bäume sind. Hier zum Beispiel, da fehlt es eindeutig an wunderschönen Bäumen. Und da kommen ein paar Leute hoch. Guckt euch an. Der Wahnsinn, Alter. So, Linienübersicht. Da müssen wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen rumgucken. Eigentlich wollte ich auch mal so eine Optimierungsfolge machen. Können wir auch bestimmt mal machen die Tage. So, folgendes. Es gab ja ein paar Veränderungen auf dieser Seite der Stadt. Da wächst auch noch alles. Deswegen würde ich jetzt vermeiden, noch mehr davon zu bauen. Beziehungsweise jetzt hier die Gebiete noch größer zu machen. Wir machen heute eine kleine Folge, wo wir den Bereich ein bisschen stylen werden. Weil wir möchten natürlich auch um diesen, wie nennt man das, Strand, noch weiter die Stadt entwickeln. Momentan haben wir nur hier so den Kern, was auch nicht schlecht ist. Aber es geht halt auch hauptsächlich hier drum. Und noch eine kleine Info. Das habe ich wohl falsch gelesen. Dieser Bonus ist wohl nur auf die Gebiete getrimmt, die in dem Einzugbereich von der Börse liegen. Aber auch nur von diesen, wie heißt es, von den Finanzdienstleistern und so. Also von Bürogebäuden. Alter, jetzt haben wir es. Und deswegen ist da der Steuerbonus. Ich dachte, der geht überall drauf. Das wäre so geil gewesen. Generische Industrie. Verkaufen. Traffic Jelly Logistics. Auch verkaufen. Weg damit. Da können wir noch irgendwas Geiles kaufen, was gerade so im Keller ist. Hier, Very Legend Company. Kaufen wir mal richtig ein. Das ist ja auch, wenn wir lange Zeit keine Kranken, keine Polizei haben. Dann passiert das. Bestattungswesenfonds. Kaufen wir auch. Und jetzt haben wir 421.000 Gewinn gemacht. Nächste Stufe bei 750.000. Also ist schon ordentlich, was man da braucht, um da weiterzukommen. Aber lohnt sich auch irgendwo. So, hier würde ich ganz gerne ein bisschen bauen. Dafür brauchen wir zuallererst unseren Landschaftspinsel. Rechte Maustaste, um die Höhe einzunehmen. Und dann die Größe hiermit. Alle Modifikationen, übrigens, die ich hier verwende, findet ihr in der Videobeschreibung wieder. Also lohnt es da gerne mal rein. Ach, guck mal. Das ist auch noch so gemacht. Ich gucke mal, ob ich das so einigermaßen hinbekommen. Ich glaube, wenn hier ein bisschen Wald ist, dann geht es. Das ist jetzt halt so ein Berg, so ein bisschen. Ja, wirkt nicht so geil. Aber ist okay. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz hier vorne am Strand, ob das ungefähr alles eins und dieselbe Höhe hat. Ich glaube aber schon. Ja. Ich glaube, das geht. Auch das hier. Das ist alles richtig schön gerade gelassen. Also an sich sind hier immer so kleine Berge drin. Aber die sind nicht so angeglichen, dass die so mitten ins Gebiet reingehen. So was manche machen. Also hier wurde echt schon bügelfreundlich gestaltet. Was sehr, sehr gut ist. Das ist übrigens aus dem Map Pack 2 die Map. Und kann ich Ihnen nur empfehlen. Map Pack 2 Link dazu in Videobeschreibung. Beziehungsweise kommt ihr da zu Instant Gaming, um dort günstig Spiele zu kaufen. Über meinen Link sogar noch. Ne, gar nicht. Das war bei G-Portal. Wollte gerade sagen, mein Link noch günstiger. Aber stimmt ja gar nicht. So. Das ist eine Fahrradstraße. Sechsspurige Straße mit Fahrradwegen. Oh, warum ist die denn sechsspurig? Ach ja, weil das die Strandstraße ist, ne? Obwohl dabei so wenig los ist. Nehmen wir allerdings so vierspurige Straße mit Fahrradwegen. Das wäre dann dementsprechend, äh, jetzt haben wir sie nicht. Gerade angekündigt. Hier. Dekorativen der Zierbäume und Fahrradwegen. Ja, das ist doch klasse. Weil dann gehen wir von hier aus in diese Richtung. Aktivieren natürlich jetzt nochmal ganz kurz unsere Hilfslinien. Und dann können wir... Ach guck mal, das können wir ja voll weit durchziehen. Und hier können wir jetzt die Kurve aktivieren. Achtet drauf. So und so. Weil hier fehlt es ja eindeutig noch an Verbindung, ne? Und da können wir auch nachher nochmal eine Abfahrt machen oder so. Irgendwo in dem Bereich oder da, besser gesagt. Wohl hier schon relativ nah da dran wieder ist. Also am geilsten wäre hier, aber da trennt die Autobahn sich. Was wiederum nicht so cool ist für die Autobahn, äh, für das Kreuz. Für die Abfahrt. Oh mein Gott. Und wir machen selber wieder eine Abfahrt. Die letzte hat eigentlich ganz gut geklappt, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte irgendwie Angst, dass die nichts wird. Aber war doch gut, war gut. So, das ist soweit fertig. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hier dran. Und machen hier nur eine Querstraße rein. Ich überlege gerade, ob wir auch hier die mittlere nehmen. Demnach müssten wir dann einmal die Pipette nehmen. Die nehmen und hier so einmal rüberziehen. So. Das ist die ohne Fahrradwege jetzt. Aber ist okay. Ist okay. Ein bisschen schief. Oder ein bisschen schräg ist auch okay. Machen wir hier nochmal Pipette. Zack. Einmal in die Mitte gegangen. Und eigentlich fehlt es hier auch noch an, an, ähm, Stadien und so, ne. Wollte ich eigentlich auch schon lange eingebaut haben. Aber vielleicht in einer der nächsten Folgen. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. So. Wir machen jetzt hier noch etwas. Ne, da machen wir jetzt Gewerbe hin, ne. Weil hier ist Krankenhaus und Polizei. Oder Feuerwehr und Polizei. Ist halt laut. Das möchten wir nicht. Dann machen wir das lieber so jetzt. Dass hier nochmal so ein Block Gewerbe ist. Auch wenn das hier so ganz komisch aussieht. Vielleicht machen wir das. Warte. Das machen wir anders. Das kommt weg. Zumindest so weit. Dann kommt hier einen Weg hin. Warte. Passt. Genauso wie hier. Gehen wir schräg durch. Das Ding ist ja eh jetzt nicht so ergiebig. Jetzt natürlich noch weniger. Aber ist besser. Wir machen noch einen Weg hier rüber. Ne, warte mal. Ich mache dieses Vierergebäude kaputt, ne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Machen wir lieber so. Und dann noch einen hier rüber. Und dann schräg da hin. So. Und jetzt hoffentlich wachsen da ein paar Gebäude. Hier machen wir jetzt auch nochmal was hin. Und zwar, wenn man hier in die Stadt reinfährt. Hier ist relativ wenig Verkehr, muss man sagen, ne. Also gerade auch von der Seite aus. Und hier könnte man so ein einzigartiges Gebäude machen. So ein Bogen. Es gibt nämlich irgendwo so einen geilen Stadtbogen. Den könnte man wirklich da... Hier. Wenn man da in die Stadt reinfährt. Da müssen wir allerdings die Palmenstraßen wegmachen. Wir nehmen jetzt sechsspuriger Straße. Aber ohne was dran. Beziehungsweise nicht in der Mitte und nicht am Rand. Eher sowas hier. Und von mir ist auch ohne Fahrradweg. Weil Richtung Autobahn braucht man auch nicht Fahrradfahren. Ach Mist, da muss auch noch... Ja, wie heißt es? Strom hin, ne. Aber das wird sich geben, wenn hier die Gebäude hinkommen. Ich mach mal schneller. Passiert das auch relativ fix. Mir ist noch was eingefallen. Und zwar das, was wir letztes Mal gebaut haben. Da fehlen noch bestimmt ein paar Verbrenner. Oder einer ist da. Packen wir den anderen hier. Neben dem Kinderkarussell. Cool. Dann machen wir hier hin, oder? Kann er in beide Richtungen fahren? Kann die vorne drehen? Ich guck gerade mal. Ah, der dreht aber echt kacke, ne? Ja, und jetzt wäre er los. Cool. Der holt jetzt wieder einen ab, aber passt schon. Da ist okay. Das lassen wir. Strom und so machen wir, glaube ich, auch bald, ne? Ja, geht aber noch. Noch ist okay. So, das hat jetzt auch Strom, wie wir sehen können. Da laufen auch immer Leute hin, die sich das angucken, ne? Und Fotos machen. Das ist echt so ein... Ja, wie nennt man das? Touristen-Hotspot. Dieser coole Bogen. Den muss jeder mal gesehen haben. Der Wahnsinn. So, und da ist noch eine U-Bahn. Können wir von da oben runterfahren lassen. Bis hier zur Kante, so. Kann man dann so schon mal machen. Und dann können wir nachher weiterführen in die Richtung. Guck gerade mal, was noch... Ja, eigentlich fehlt hier hinten noch einiges, ne? Ich mach mal hier einen hin. Direkt neben dem Park. Aber mitten im Wohngebiet. Oh, das ist so traurig. Müssen wir mal gucken. Wenn die sich beschweren, müssen die leider ausziehen. Aber gegenüber von einem Krankenhaus geht meistens. Dann machen wir hier auch noch einen hin. Damit demontiere ich gerade auch wieder den Bahnhof. Weil viele jetzt nicht mal umsteigen, sondern einfach zum Bahnhof gehen, ne? Was ist jetzt wieder los? Achso, er ist schon wieder. Jedes Mal tatsächlich. Ich wundere mich immer, warum ich nicht runterkomme mit der Bahn, ey. Oh Mann, ey. Geht auch. Hier ist auch wieder aus alles, ne? Mach's an. So, da machen wir jetzt eine wunderschöne Kurve rein. Klasse. Dann geht es hier weiter. Ich guck mal, dass ich das jetzt erstmal gerade mache. Also man kann natürlich auch direkt verbinden. Und ihr seht auch gerade, die Gebäude wachsen. Weil die eine bessere Verkehrsanbindung jetzt haben. Obwohl da noch nix herfährt. Aber trotzdem reicht das aus. So. Und wo hat man noch einen hier, ne? Warte. Und so. Perfekt. Dann einmal von hier nach da und zurück. Hier nehmen wir ganz kurz mal die Bahn. Ziehen die bis nach... Ach Mist. Warte. Genau. Ziehen die bis nach hinten. Machen hier eine neue Haltestelle. Auf der anderen Seite. Hallo? Dann hier, wo ich die gerade weggezogen habe, muss auch noch eine hin. Aber warum ist denn da noch eine Haltestelle? Oder habe ich jetzt eine gesetzt? Warte mal. Ne, alles gut. Okay, da haben wir eine Haltestelle. Hier ist eine neue. Da am Rande des Gebietes ist auch noch eine. Und das dürfte eigentlich nicht so lange dauern, bis die... Anerkannt, würde ich gerade sagen. Ja, es ist direkt schon voll, ne? Guck mal, die kommt von allen Seiten. Oh mein Gott. Manche nehmen sich da auch ein Auto. Passt auf. Ah, diesmal nicht. Aber hat man gerade gesehen, glaube ich. Richtig geil. Und ich soll auch erlede... Äh, erlisse. Ähm, realistisches Parken aktivieren. Warte. Fällt mir jetzt gerade mal ein. Bei Traffic Manager. Kann man, ich glaube hier, realistisches Parken. Okay. Ich bin sehr gespannt. Dann sollen die Parkplätze noch besser gefüllt sein. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze läuft. Oh, Zuglinie 3 hat schon 100 Leute. Einfach so nichts für einen Zug. Okay. Das läuft. U-Bahn läuft. Hier vorne die Straße haben wir weitergeführt. Hier ist eine U-Bahn-Haltestelle, die befüllt ist. Hier die Gebäude sind jetzt auch schon krass gewachsen, obwohl wir die ganze Zeit auf der anderen Seite waren. Aber sehr, sehr cool. Hier an der Ecke machen wir noch kleine Gewerbegebiete. So nämlich, mit der Berg hier vorhanden bleibt und nicht die Gebäude sich da so reingrätschen, so wie das Ding jetzt hier. Ich mach die mal weg. Dann auch. Ich weiß gar nicht, warum das da ist. Was ist denn da los? So. Ja, sieht gut aus. Da haben wir auch schon ein paar Palmen hingemacht, ne? Genau. Hier entstehen gerade noch ein paar Gewerbegebiete. Hier kommt jetzt bald ein neues, krasses Wohngebiet hin. Ich überlege gerade, ob wir da auch mit Plazas und Promenades arbeiten. Aber schreibt ganz gerne eure Ideen zu dem Bereich in die Kommentare. Und dann können wir vielleicht mal gucken, ob wir da was zusammenfinden. Ich weiß, ich nehme zwar immer ein bisschen nacheinander auf. Nimm andere nacheinander? Am Stück. Am Stück auf. Aber manchmal halt nicht. Deswegen sagt gerne, worauf ihr da Bock habt. So, passt auf. Einmal von hier nach da. Ja, da ist schon Platz für einige Häuser, ne? Also man kann da schon einen sehr großen Bereich bauen. Ich muss nur mal gucken, dass das Ganze nicht so, ja, Grid-lastig hier vorne auf jeden Fall, ne? Also das bleibt auch. Das wird man nicht wegkriegen. Aber hier sollen ja nachher auch noch relativ große Gebäude hin. So, das dazu. Da könnte man die Straße sogar ein Stück zurückziehen bis hier vorne. Weil da bis zur Ecke lohnt sich nichts. Warum fahren die alle bis dahin hin? Fahren alle bis dahin hin und drehen dann. Ja, super geil. Ich überlege gerade, ob man hier noch eine Aufwand macht. Eigentlich nicht, ne? Weil die fahren alle da her und dann so. Ja gut, würde man die Kreuzung bisher entlasten. Und es würde an der Stelle nicht stören. Ja doch, da ist die Auffahrt. Lassen wir erstmal so. Ist bestimmt gut nachher. So, und dann machen wir hier nochmal in die Richtung was. Jetzt haben wir die Auffahrt in der Hand, ne? Das hier, so. So. Und? Ah, geht leider nicht. Auch nicht. Ja, ne, da lohnt sich mal so gar nicht. Vielleicht hier so ein bisschen. Aber auch nicht, ne? So. So ist gut. Da können nachher noch ein paar Bäume drauf. Dann fällt das gar nicht auf, dass das so ist. Oder wir machen da eine Kaimauer hin. Das wäre dann hier das Ding. Können dann einmal so im... Ach komm, das wäre aber schon cool, ne? Warte. Glaube, das lassen wir. So, warte. Ein bisschen runter noch. Nicht zu weit, dann zieht man noch den... Die Erde runter an der Stelle. Hier, das gefällt mir noch nicht. Da müssen wir noch irgendwas machen. Achtung. Alter, alles bebt. Die Erde bebt. Schade, das bleibt so. Komisch. Hier, dieser Übergang. Eigentlich müsste die Kaimauer gedreht werden. Die dreht sich dann halt immer auf Land. Ganz komisch. Aber wir zweckentfremden die ja auch, ne? Ist ja dann keine Kaimauer im Grunde. Ich glaube, dann ist es nur eine Mauer. Mehr dann halt nicht. Aber guck mal, da sind noch so große Felsen da. Die können wir nehmen. Können die kopieren und können die zum Beispiel hier draufsetzen. Ja, ich gebe zu. Ein bisschen zu nah dran. Aber ein bisschen drehen. So. So ist gut. Zwei, drei Blümchen auf der Straße. Aber an sich. Ist das schon ein guter Anfang? Und da können auch noch ein paar Bäume hin von hier vorne. Achtung. Wir nehmen jetzt hier. Wir nehmen jetzt hier ein paar Bäume mit. Und stellen die dann hier so hin. Hier auch noch. Obwohl die Straße geht bis hier hinten. Da sind doch gleich noch Gebäude. Gut, hier hinten vielleicht nicht. Da sind vielleicht ein bisschen viele Bäume jetzt geworden. Aber ist geil. Gebäude. Guck mal, warum sind die denn verlassen? Verlassen. Ja, dankeschön. Bestimmt keine Arbeiter. Oder keine Kunden. Eins von beiden ist immer das Problem. Oder keine Ware. Gibt es auch. Dazu am besten Industrie bauen. Oder Bahnhöfe oder andere Sachen. Die Sachen importieren. Hafen zum Beispiel. Dann geht es ab. Ich überlege gerade. Ne, hier kommen keine Wohngebiete hin. Da könnten wir... Oh, warte mal. Hier ist das Gebiet noch gar nicht ausgemalt. Also hier ist noch gar kein Stadtteil, by the way. So, das kommt weg. Können wir hier noch? Ne, da können wir nicht. Da können wir nicht. Da können wir noch. Und da. Ein bisschen ein kleines Gewerbe... Ne, gar nicht. Ein Bürogebiet. Oh, manchmal habe ich es mit den Wörtern, ne? Manchmal ist Gehirn einfach aus in dem Moment. Ja, da kann man jetzt einfach rüberlaufen. Das ist ganz cool. Machen die direkt... Instant laufen die da rüber. Das ist einfach so cool. Und das lockert auch direkt die Rückseite vom Gebäude aus. Auf. Also müsst ihr ruhig mal probieren. Einfach da, wo jetzt... Keine Ahnung. Die Rückseite von dem Gebäude ist, damit das nicht so einsam und verlassen aussieht. Ruhig einen Weg hin und gucken, was passiert. Das lohnt sich mega meistens. Oh mein Gott. So. Und jemand hat mir den Tree Brush empfohlen auch. Aber ist das denn vereinbar mit dem anderen Tree Brush Mod, den ich hier drauf habe? Oder sagen die dann so, boah, nee, du hast doch schon einen. Was machst du da? Okay, realistisches Parken ist aktiviert. Aber was es bringt, weiß ich noch nicht. Oh lol. Ah, jetzt weiß ich, warum die ausgezogen sind. Ah ja. Das zu meiner Prognose, aus welchen Gründen die Leute meistens ausziehen, ne? Kein Wasser ist natürlich auch noch ein Grund. Und ein sehr guter Grund, muss man sagen. So. Ja, passt. Später kann man dann hier wirklich noch so abschneiden. Wenn die Stadt fertig ist, dann schneidet man so die Kanten hier ab und guckt, wo kein Wasserschlauch her muss. Und dann sieht man, dann spart man auf jeden Fall auch ein bisschen. Das ist dann sehr, sehr cool. So, 28.000 Einwohner, 10.000 plus. Wir könnten, also hätten wir jetzt hier dicht besiedeltes, dicht besiedelte Gebäude hingebaut, dann wären wir jetzt wahrscheinlich bei 35.000 Einwohner. Aber ich möchte nicht überall die mega krassen Hochhäuser stehen haben. Und hier sieht man auch ganz kurz, oder ganz einfach, hier sind normale Häuser. Da auch. Aber hier sind noch Green Cities. Das heißt, da fehlt noch was. So. Einfach hier so rüber. Ich weiß, die ziehen jetzt erstmal alle wieder aus. Wir müssen hier noch irgendwie eine Grenze kriegen, damit wir nicht alles mit dem Wohngebiet voll machen. Ah, schon wieder die andere Taste gedrückt, ne? So ist gut. Okay, das passt. Das auch. Ah, passt auf. Dann machen wir jetzt so. Passt so. So. Und dann abgeschnitten. So. Korrekt. Alter, schon wieder die Taste gedrückt, ne? Das ist manchmal so dumm. Okay. Da ist die Grenze. Als die Gebäude ploppen, wahrscheinlich gleich auch noch weg. Aber hier haben wir zum Beispiel ganz andere Bürogebäude als hier. Hier sind halt die IT-Cluster. Äh, das sind Motoren. Und hier sind die normalen, weil damit wir ein bisschen mehr Abwechslung auf der Map haben. Hier, wo die Autobahn ist, ist, glaube ich, auch ganz cool soweit. Ich glaube, den Weg bekommt man jetzt hier nicht unbedingt noch rum, damit es einigermaßen schön aussieht und passt. Da fahren so viele Autos rein, ne? Aber die drehen, glaube ich, nur. Ah, doch, geht wohl. Ne, warte mal gerade. Nein, dann verschwindet der. Der soll nicht verschwinden. Ach, Mann, ey. Da verschwindet der. Da verschwindet der. Das ist so gemein. Ähm. Sag mal anders. Ey, da drehen so viele Autos. Ich weiß gar nicht, warum. Da ist so viel Stau drin. Oder das ist gerade, weil die einziehen. Dann ist natürlich klar, da hat man sowieso ein bisschen erhöhten Verkehrsfluss. Aber nicht schlecht. Gut, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal in der nächsten Folge, wenn wir wahrscheinlich eine Optimierungsfolge machen. Oder das ein oder andere trotzdem geiles bauen. Und U-Bahn ist ein bisschen gesetzt worden. Hier ist auch eine sehr, sehr krasse U-Bahn-Haltestelle. Und wir gucken mal, wie sich das Ganze noch entwickelt. Wird auf jeden Fall cool. Hier entsteht die neue große Stadt. Eure Ideen für den Bereich in die Kommentare. Und da kommt natürlich auch noch ein Bereich hin. Also bleibt auf jeden Fall spannend. Und bis zum nächsten Part. Tschüss.